herzlichen glückwunsch an alle leute die heute geburtstag haben und herzlich willkommen bei reddog gamble ich spiele heute mal wieder free fire und zwar clash squad viel spaß ok die erste runde fängt an und ich muss auf toilette so ein ist ja jetzt ziehen wir die erste runde durch dauert ja noch höchstens zehn minuten hoffentlich ich hoffe ich habe hier gute teamkameraden okay ja 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 Was ist das? Ich bin genau da ausgesprungen, wo alles stand. Dumm gelaufen. So, jetzt wird die Runde besser. Hoffe ich. Eine Fahrt. Was war das für ein Geräusch? Meine Ase. Bestimmt weil ich auf Toilette muss. Das ging aber auch schnell jetzt. Gut. Könnte so weitergehen. Also ich hätte nichts dagegen. Gute Arbeit. Ha. Bisschen spät, aber ich hab's geschafft. So. Und schnell hier ausrüsten einmal. Zack, zack, zack. So. Haben wir alles. Oh. 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 Oop. Oh, das war gut. Hallo, hallo. Okay, wir bauen einfach die hier weit aus. Hallo. Boah! Aber ich habe hier weiter einkaufen. Wo sind denn, wo sind denn? Wo sind denn? Wo sind denn, wo sind denn? Wo sind denn? Wo sind denn, wo sind denn? Wo sind denn, wo sind denn? 1st Platt 2st Platt 2st Platt Okay 2st Platt Deine Lebtiners 3st Platt 4st Platt Nice Gute Arbeit, okay. Dann nehmen wir jetzt mal die Spritze. Bitteschön. Davon habe ich auch mal zwei. Hi. Weißt du noch? Ich weiß es nicht. Huh? So. Arriba. Mexikaner? Ich gehe mal aufhören. Guten Tag. Schau mal oben nach. Hallo. 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 Oh. 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 Okay. Dann gehe ich jetzt gleich mal auf Toilette. schön like erst mal schnell die likes verteilen wäre alles besser also wir haben gewonnen, kriegt jeder ein like aus meinem Team und vom Gegner kriegt keiner ein like also dann sage ich mal, bis gleich und die zweite Runde geht los werden wir die genauso schön gewinnen ok ich laufe erstmal hier rechts rüber zum LKW ok ok Was ist das? Yo! Nice! Haben wir ihn gerankt. Oh, ich war sogar bester Spieler. Du kommst selten vor, aber komm schon mal vor. Ach, dankeschön, dankeschön. Machen wir es auch. Ups, falscher Knopf. Oh? 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 Einer lebt noch. Danke. Danke. Schön. Ach, nicht der beste. Egal. Erstmal noch ein Like geben. Supi. Gute Arbeit. Oh, es geht los. Wir müssen nach oben laufen. Müssen wir nicht, aber ich laufe gerne nach oben. Ach, Mensch. Dump gelaufen. Okay, jetzt schauen wir mal, wie die anderen hier spielen. Okay, wir sind alle oben und schießen runter. Wreck ihn. Ach, nee. Wreck ihn nicht, nicht der Fall. Wreck ihn nicht. Bist du? Ok, das heißt wir müssen jetzt wieder aufholen. Die haben unsere Sachen alle geklaut, also sind die stärker als wir, weil wir wieder von null anfangen müssen. Dann haben wir keine Rüstung mehr. Auch ein bisschen doof, aber es wird schon. Hoffe ich. Erstes Blut. Was ist denn das? Warum schießt der nicht richtig? Ach nee. Einer gegen drei. Jetzt sind wir alle drei gleich da. Von rechts kommt einer. Achtung. Okay, kein Problem. Jetzt wird's besser. Erstes Blut. Erstes Blut. Sohn. Okay. Die sind in das Haus. Und da oben ist auch noch einer. Das schaffst du. Nein, das schafft er nicht. Das wäre so gut gewesen. Die spielen gut zusammen, die Gegner. Aber jetzt wird es richtig spannend. Die spielen gut. Die spielen gut. Die spielen gut. Die spielen gut. Double kill Don't bother, ok Nice 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 Zwei Spritzen holen Ach, das ist diese Runde Zwei Spritzen 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 Richtig ärgerlich Das war eine sehr schöne Runde Haben wir leider verloren Richtig ärgerlich Na ja egal, gut dann verteile ich mal die likes und euro hat gut gespielt hat auch mehr schaden gemacht als sich und hier die person gespielt wird dann würde ich mal sagen das war es für heute ich sage dankeschön fürs zuschauen ich würde mich freuen wenn du aber nächstes wieder bei viel spaß und auf wiedersehen